Nächster Stopp. Blackwater. Let's go. Vielleicht wenn wir uns eine Wenge kaufen. Vielleicht möchte dann auch Sadie Adler zu uns ziehen und auf die Wenge kommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Hier. Ach das Girl, okay. Ich dachte Paul. Oh. Wo geht's hier noch? Jetzt nicht noch. Das schaut gar nicht gut aus. Na toll. Na super. Perfekt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Haben wir eine Waffe? Ja. Kann ich dir wirklich vertrauen? Wenn nicht, dann wirst du da nicht genau was mit der Person da passiert ist, ja? Oh. 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 Ist das morgen? Ja. Ich will dich doch absch- ähm... Entschuldigung. Ja, will ich doch. Ach, B. Okay, Mord, ähm, das Zeug, da ist der. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du reitest nirgends rein. Du reitest nirgends rein, ja? Ja, ich wollte es nur so verraten. Klindern wir rein. 66 Cent. Ach, weißt du. Ich weiß, was mit dir passiert. Wir könnten nicht losbinden, ne? Aber das Problem ist, du rennst direkt zur Polizei, ne? Also, nicht zur Polizei, zur nächsten, aber, äh, zur nächsten Wache, ne? Weißt du, was wir mit dir machen? Guck mal, hier ist ein Fluss. Kannst schön schwimmen gehen, ja? Nee. Jetzt sind wir noch. ja renn weg werden den trinken aber nene glaubt er seine lektion gelernt easy easy girl ja schon wieder ein vogel ja super haben wir schon mal ja lass mir liegen das will ja schon wieder dich haben wir doch ein ding gesehen ich habe mich hier getroffen zweimal den ort vergessen wir wieder heiß hier oben in ansburg damit ich getroffen hier nach und einmal nähe von valentine was aber ganz schön ist das ich bin ganz weit weg von deinem ganz schön ganz schön weil ich ja da ist es da ist es da ist es auf geht's aber wie ihr sieht oder wie ihr sehen könnt ich hatte das erste mal jetzt hier nach nach blackwater auch in haupt story ich war noch nie in blackwater blackwater musical okay ach da ist die bank da ja ja okay gut dann spazieren wir mal in die bank rein dann kommen wir dann kommen wir ja 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 ähm ach so ja 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 Mr. Atherton? Ich bin ein Freund von Mr. Getty´s in Pronghorn Ranch. Oh, ja, Mr. Atherton ist in seinem Office. Hey, bitte head in. Danke. Kann ich dir helfen? Ich hoffe so. Ich habe einen Anruf, Herr. Ich habe eine Kredite, damit ich ein Haus kaufen kann. Was Haus? Ein alten Ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain´t much, but I ain´t much of a farmer, either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr... Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. Kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Getty´s? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Getty´s told you I´m the kind of man to loan a man with two names money, so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don´t sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I´m sure we can figure something out. Now, of course, we´ll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won´t be too great. But if my cousin vouches for you, it´ll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we´ll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the form reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don´t you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Getty´s? Oh, I heard there´s squatters up there. We´ve been having so many problems recently. They´ll need clearing on. Sure. Well, come back when you´re done and we´ll fix up the paperwork. Okay. That´s just right now, right? Easy, right? Also. Yeah. But what´s was on the fence? See what´s your problem? Will you save me? You´re gonna make money back? I´ve been saving money. I´ve been saving money. All right. Ja, ich bin mit dir. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Warum bist du so? Ich bin zurück. Ich bin nach meinem Freund. Und Gavin. Er ist lange weg? Ja. Ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Ich kann nicht... Ich kann nicht wissen, was er sieht. Ich bin nach ihm. Aber ich weiß nicht, wer er ist. Entschuldigung, zu hören. Ja, ich auch. Ich bin auch. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Ich habe mich verloren. Aber ich habe nie gesehen. Ich habe nichts gesehen. Gavin. Glückwunsch. Gavin. Ich bin so Angst. Gav. 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 Where are you? Where are you? Where are you? Hayes? Das ist die Wrench, also. Vorsicht haltbar, ich baue ich dann wieder mal ab. Okay, das ist das, das ist die beste Stand hier, ja, ja. Oh, oh, okay, krass, 64% hat, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne. Das ist schon so viel Prozent, okay, 87% der Story, okay, krass, okay. Okay, das bedeutet, wir sind fast mit der Story durch, ne. Und dann Story Models. Oh. 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 Oh, oh. Steht nicht in die Brüder! die kriegt der todeswert der todeswert da liegt ein todeswert gut dann reiten wir weiter hast du wieder ein tier platt getreten eher gesagt platt geritten was diese bruchbüte was die willst du wirklich kaufen also wenn es wirklich diese also hier ist ja nichts also schon ich hoffe dass es nicht diese bruch bruder ich meine klar besser als gar nichts aber ja in der tat ich meine ich hoffe so wer ist in charge hier niemand das ist ein freer Land das bin ich nicht so sicher hör ich kaufe ich glaube ich glaube ich glaube dass ihr alle gehen woanders wer ist das? ich bin nicht sicher okay 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 and how come we live in here? ich bin nicht sicher ich bin nicht mehr sieh sieh ein Du, ein wirklicher Mann! Okay, Leute, los geht's zu feiern! Danke, Herr. Was das jetzt für eine Hütte ist, ne? Ich meine, klar, kann man ihn auch aufpäppeln und so, ne? Man kann ihn verbessern und so alles, aber... Okay, ich bin gespannt, was Rost macht, ja? Also, was wir daraus machen. Ich, ähm, ja... Der Mann mit zwei Namen und kein Vergangenheit. Komm, dann! Wie hast du das gemacht? Nun, sagen wir mal, es gibt keine mehr Schwattern. Okay! Okay! Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay! Well, sign here and here. Mhm. Now, we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But, you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American. Indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Well, it is you. Well, I never... I thought you was dead, boy. Dead! Uncle? Very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull. For hell. Really? Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. Not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm really sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. Alright. Hehehehe. 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 Ah. Der Besowski, du. Der Besowski. Ja. Oh my god, ey. Follow me. Ja, wenigstens etwas Begründschaft, ne? Ja. Wenigstens etwas, so ein bisschen Unterhaltung. Ja, auch wenn er sich jedes Mal besauft, oder besoffen hat. Ne? Sobald er Geld hat, oder hatte, jedes Mal direkt eine Flasche, ne? Ja, er hat direkt eine Flasche gewesen. Naja. Okay, möchtest du nicht reden? Doch. Oder? Müsstest du reden? West. West. Oh, Gott. Ain't you a man a few words? Oh, Gott. Wait for us, Uncle. We gonna stay together now? Now, I was saying. West. Oh, Gott. Ain't you a man a few words? Come on. I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I... A ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Call the... I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my Lord. The kick is the same as your concern, but... I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. No. She's... Uh... Her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but... You know, this makes me think, maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you. And not looking for a place to bury you out here. Come with. So. We're riding a little bit faster, ne? Oh boy. Er can so. So schön. Dacht er jetzt verlernt. Willkommen auf unsere Ranch. Na ja. Oder... Ähm... Etwas... Na ja. Ne? Also. This is it. Schau her. Oh boy. Oh boy. Das ist der Anfang... Von einem Ende. Also hier werden wir alles aufbauen. Zukunft. Und hier werden wir auch sterben, ne? Okay. Was denkst du? Warum genau? Hast du diesen Dumpen gekauft? Für Abigail? Warum? Ist sie ein Idiot? Nein. Was denkst du? Ich weiß nicht. Sie sagte, sie wollte es. Hat sie es gesehen? Was werden wir hier aufbauen? Ha-ha. Rocks? Wir? Du hast keine Hoffnung hier, ohne eine wiese Hand auf dem Teller. Enough of that. Get out of here. On your way. Nein. Du bist mit mir. Es scheint, ich bin mit dir. John. Der Rockfarmer. Also. Du denkst, ich bin ein Idiot? Nein. Ich weiß, du bist ein Idiot. Also jetzt bin ich als Idiot... Nein, ich weiß, du bist ein Idiot. Ach komm, ich kann nicht mehr eng. Was hab ich gesagt? Wieder an die Pulle. Wieder an... Denk wieder an der Pulle. Das kannst du... Ich hab dich gerettet. Schifft in sie in die Pulle. Du bist mit dir. Ich laske einfach mal nach. Du bist. Okay.